so liebe leute weiter geht's heute mit dem nächsten spiel und das ist tatsächlich gegen die belgier so ja schauen wir mal was sie hinkriegen was sie klein kriegen und dann ins final einzeln fakt ist das sind nur noch zwei folgen jetzt sehen wenn sie weg ist das mittlere aus in der süle glatt rot gesperrt und würdiger wird länger fehlen das ist klar schon mal verlegen mit spiel wie spiel ich bin nämlich damit alternative ja es bringt ja nichts es muss ja so spielen geht auch schlitter weg jetzt soll rein in der mannschaft so das heißt ich habe fast keine alternativen mädchen auf der seite da wie gesagt als ich gerade auch eine möglichkeit habe ich jetzt aber jetzt ist überzeugt und jetzt muss man gucken mit der gegen die offensive naja auf geht's mecker dringendlich sondern wir müssen sehen wie es ist sie wieder wieder maximal im finale bzw spielplatz drei wieder dabei sein aber rüdiger sehr wahrscheinlich nicht auf geht's halbfinale dieser wm es geht um eine menge beide wollen den traum vom finale wahr machen wem es gelingt jetzt erfahren wir es bleiben sie dran ich begrüße sie herzlich im arbeit der dm liebe zuschauer willkommen zu diesem heutigen spiel ihre kommentatoren sind wie gewohnt vollfuß und frank buschmann wir zeigen ihnen heute das halbfinale dieser weltmeisterschaft deutschland gegen belgien in so einem halbfinale brauchst du natürlich vor allem von deinen leistungsträgern 100 prozent die müssen damals müssen vorangehen müssen die anderen mitziehen mal gucken bei wem das heute besser funktionieren nur getrunken zwei wechsel schon gesehen haben einer spritz sowieso nicht so jetzt gleich ins match geht diese wie gesagt wie diese welche mit der sahen mit mertens mit lukaku mit der bräune also das wird alles andere als einfach das wird noch mal eine andere außennummer als im letzten spiel gegen die sie haben die sind nicht so unfällig aufstellung der deutschen mannschaft im tor ist manuel neuer joshua kille stets mit leon koretzka im mittelfeld und vorne drin setzen sie auf thomas müller ja klar was bringt jetzt auch anders zu beckern das muss halt durchgehen jetzt irgendwie ich hätte als sich viel gewechselt müssen aber als sehr gut würze ich vielleicht bringen können wir haben aber jetzt habe ich dann auf der bank theoretisch oder wir habe ich gar nicht mit dabei ich hätte ich eigentlich drauf lassen als ich mir lassen können also egal wie sagt die müssen wir noch aufpassen ziele mann jannik karrasko atletico gut dazwischen gegangen im eigenen sechzehner fakt ist dass wir alle die chancen die wir haben irgendwie nutzen müssen und ja so viel zum thema müssen alle chancen 6 der minute das ist ihnen gelungen tolles tor wichtiges tor ich schaue noch mal auf die wiederholung das ist nicht gut gespielter konnte und dann kommt dieser harte ball aus der halbe ist dass das wunderbar getroffen sind tolle technik drin ist der ball unhaltbar lieber mit seinem vierten wm ich weiß gar nicht aber auch der top der jahr ist ja er kann da war ich also schon mal früh die erste gute der bräune die nasa ist es halt die kompletter aus du bist es halt die kompletten weg ich hoffe sie ausschalten können das schaust du nicht also auch mit der abgebildung steht eigentlich alles steht nur die entscheidenden zentimeter die sani super gegen hava war hava kutoin jetzt er wir bringen den ball raus nach dieser ecke sie bekommen den ball nicht weg groß ist ja eigentlich auf die andere seite gehört ist ja jetzt gerade egal da gibt es geld für den donker und jetzt muss er sich zurück das war keine cleverer szenen von hausianer ist die flanke kommt man schlage aber das war klar ich brauche ein rechtsfuß wirklich direkt probieren will da ist ein rechtsfuß ich brauche links für das studio so der brugers haben als ich das ding wirklich direkt probieren will hier erstmal über die ecke mit es geht auch hier habe ich auch topisch gewesen von daten direkt ins ding versuchen zu probieren jetzt kommt die ecke das müssen sie entschlossener machen wichtiger befreiungsschlag das war wichtig und belegte dass wir den wicker jetzt hat sie aber die aus dem barrieren spieler kaum hier dieser stamm spieler und schlägt da weg läuft die da so jetzt wir müssen machen wenn das ding ist 20 ist dann hast du schon mal das ist schon mal ein bisschen luft der naja mertens alle noch der batterik riesen mertens war geht an den langen festen der neuer dran ja scheinbar die kurze guter aktion bei lang hängen der ball holt er gut verteidigt und und die breite keine gefahr und käme ich die flanke für lukaku lukaku bei diesem kopfball echte torgefahr sieht anders aus absolut wolf war doch eher ungefährlich ja uh also also sieht vielversprechend aus mertens ja das darf nicht passieren kein tor da hätten wir um ein haar den ausgleich der auch ganz ganz wichtig aber ist da aufpassen kinder räumt da war immer auf und sagt das ding gehört mir da kannst du nicht machen vielleicht die konterschaft aber er war noch diese aktion jetzt die abwehr muss weiter was dann sein nicht konsequent genug szene geht weiter und mit einer für kurzer den heltertor war natürlich ja da muss eigentlich 2-0 geführt die Ecke kommt weiter gefährlich das war zu halbherzig Kimmich Kimmich und dann ist Pause oder der erste durchgang hier im halbeis stadium zu ende zwei zwei jahre muss es sein auch noch zwei durchstellen eigentlich das spiel aber es ist eine knappe führung du musst 2-0 eigentlich hier locker führen so mit der knappen führung der deutschen mannschaft geht es nun hier weiter die zweite spielhälfte die diese mann 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 das zwei jungs ja du musst jetzt hier auf zwei durchstellt. Sonst kann das ganze Ding wieder ankommen kippen. Ich sagte aber, ich bin in die Serben. Wieder auf einmal an 1.0 für ist das Ding eigentlich hausend rum. Auch da locker das 2-0-Hitze machen müssen. Und dann... Und dann gehen die Serben auf einmal los. Und sagen dann, joa... Havertz. Havertz. Kimmich. Kimmich. Schotterberg macht es wirklich gut. Brandt. Der sich wirklich reingespielt hat, dachte ich. Der Brandt hat sich doch festgespielt für Gnabry. Der ist auf der Außenbank gesetzt. Spielt den Ball in die Füße. Ja, das war zu viel. Weiter geht es mit einem Einwurf. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. 30 Minuten noch. Absatz. Er zieht ab. Und hat er. Neuer. Entschuldigung. Manuel Neuer hat das Ding. Oh, Herr Puschi. Die war richtig, richtig gut. Gerade hat sich der Torhüter ein Sonderlob verdient. Ganz stark. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Sané. Die Chance für Leona Sané. 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 Fünf Test von der Torhüter. Sané. Begeistert. Diese Zeitfinale läuft genau so, wie sie sich das vorgestellt haben. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Die erste Chance ist noch klasse pariert. Aber... Die erste Chance hat noch nicht pariert. Das war einfach noch voll an Foxen gesetzt. Die Situation. So, fuck ist es jetzt. 66. Minute. Na, 66. Minute 2.0. Das könnte die Chance werden. Hazard. Gavin De Bruyne. Lukaku mit dabei. Ja, Lukaku ist wirklich... Nicht so einfach hier. Er versucht den Heber. Lukaku ist so... Momentan bisher noch nicht so wirklich im Spiel. Jetzt Müller. Ah, Müller. Super. Müller. Müller. Das muss das dritte sein. Wie sieht das hier mal aus? Finale, oder? Das Tor, drin der Ball. Die Führung damit. Drei Tore. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konto. Und dann haben sie diese Überzahlsituation. Ah, das machen sie geschickt. Und mit dem 3 zu 0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. So, jetzt geht es ins Finale. Und dann müssen wir gucken, wie ein Finale steht. Spanien wird es, glaube ich... Eine Viertelstunde zu spielen. Spanien wird es nicht... Ne, die haben ja Geberge verloren. Jetzt hätten wir die Spanier noch mal gehabt. Das ist ein Team, was uns ein bisschen ärgern konnte. Und jetzt dieser tolle Stahlpass. Zahne! Und Quartal verhindert hier die absolute Entscheidung. Jetzt können wir schön mal ein bisschen wechseln. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Mit Kinder da hinten drin. Und das Schotterwerk hat gut gelöst. Also, wie gesagt, scheinbar ist es schon zum Verteidio da zu passen. Klassiker macht, da können sie sich bei ihm bedanken. So, jetzt können wir alle fünf Wechsel ziehen. Das ist jetzt bewusst so, dass ich jetzt alle fünf mache. Einfach mal alles auswechseln. Oh, das weiß ich gar nicht genau, aber ich glaube, das war das mit der Ecke. Die Szene geht weiter. Kein guter Befreiungsschlag. Marco Reus. Jetzt die Flanke von Marco Reus. Reus mit der Flanke. Fängt diesen Ball ab. Ja, sehr durch das Ding. Und der Feldpass noch mal der Belgier. Man steht also tatsächlich im Finale. Belgier hat sich gut gemacht. Aber die Belgier. Gabri. Auf dem Flügel wäre Platz für Serge Gnabri. Der ist versucht, er jetzt auch gegen De Bruyne. Der bringt den Ball auf den langen Pfosten. Da sagt jeder Keeper. Danke. Kein allzu gefährlicher Ball. Das war auch nicht gefährlich. Das war auch nicht schlimm jetzt. Das tut jetzt auch nicht mehr weh. Und dem in De Bruyne. Sie stehen verdrungen auf den Füßen. Jetzt Eden Hazard. Einwurf für die Belgier. Nochmal die Kehrrauf-Situation. Zwei Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Klasse, wie De Bruyne da unterstützt wird. De Bruyne mit der Riese. Und neuer. Glatzparade von Manuel Neuer. Wahnsinn, wie hat er denn den noch erwischt? Ecke De Bruyne. Weiter gefährlich. Sie bringen den Ball. Jo, Jogi Tülemanns 1 zu 3. Da war der Neuer raus aus dem Gast. Und der schiebt den 1. Es hätte ihm früher gelingen müssen. Ja, es ist... Jetzt tut sich mir so weh, dass 3 zu 1 der deutschen... Äh, das 3 zu 1 der Belgier noch mal... Wir können zunächst klären. Wir sind hier noch mal die Ecke De Bruyne. Aber das ist nicht konsequent genug. Ja, und dann fällt fast als logische Konsequenz... Tor und Fehler von Neuer. Aber letztendlich ist es wurscht. Es ist das Ende der Partie. 3 zu 1. Hier steht im Finale. Das Spiel ist aus. Also wer so überzeugend ins Finale einzieht, der darf sich nicht wundern, wenn jetzt alle von ganz großen... Jetzt muss der letzte Schritt kommen. War ein schöner Erfolg hier. Und warum denn nicht? Der Kader ist top besetzt. Die Taktik stimmt. Der Siegeswille ist da. Die können das packen. Eine solide Leistung war das heute. Nicht mehr, nicht weniger. Man will jetzt den großen Wurf. Sonnens Doppelparkhaber 3-0 machte, da nimmt man den Deckel drauf. Ziedemannsjord, das war blöd für Neujahrs, dass es jetzt noch nicht zu Null ist. Aber es ist ja meine Wurst. Ball geht an den langen Pfosten. Am Ende ist es sowas von scheißegal, wie man das Ding ausgegangen ist. Jetzt müssen wir gucken, wer der nächste Gegner ist. Argentinien wird es glaube ich auch nicht, oder? Jetzt weiß ich gar nicht, wer der jetzt noch zur Auswahl steht. Nein, USA gegen Dänemark, genau. Gegen Dänemark im Finale. Und das dritte Platz heißt USA gegen Belgien. Gut. Holen wir uns den Titel, liebe Leute. Wir wollen gegen Dänemark den Titel holen. Es ist in Anführungszeichen ein etwas leichterer Gegner. Aber man sollte so Toulis nicht unterschätzen. Und auch was hinkriegen, die großen Titel zu holen. Das sehen wir dann morgen. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.